Oh, no! Nein! Schlubbi blubbi! Ja, und zwar etwas ganz besonderes. Wir haben nämlich heute mal was ganz anderes vor. Ist zwar auch noch ein Battle, aber pass mal auf, wir sind immer noch hier auf dieser krassen Map und wir haben es letztes Mal gesehen, hier gibt es noch ganz viele Nebenmaps. Und wir machen das jetzt so, wir starten hier unten. Hier ist jetzt unser gemeinsamer Spawnpoint und wenn wir sterben, spawnen wir da mal neu. Und wir müssen uns hier hochbasteln. Und der, der die Blöcke kriegt, kriegt die Blöcke. Slash Kill ist verboten und ja, am Ende wird mit dem gekämpft, was man eingesammelt hat. Oh, das wird gut. Und ich denke mal, das wird eine sehr lustige Runde. Also das ist halt noch mehr Glück. Also ich glaube, das ist halt echt völlig egal, wer hier gewinnt, weil ihr musst halt echt Glück haben. Wenn ich ganz oben irgendwas zerfetzt und du fängst von unten wieder an, ist es halt richtig hart nervig. Aber es ist halt der Reiz. Und ich würde sagen, ohne Zeit damit, wir legen los. Du mieser Wechser. Ja, dem Video auch untergefallen bist du kleiner. Slash Kill ist verboten, ne? Ja, weiß ich. Okay. Nein! Ich glaube, wir sollten aufhören. Das bringt uns gar nichts, okay? Wollen wir den ersten Block gemeinsam machen? Warte, warte, warte. Gemeinschaftsarbeit. Erster Block. Meins. Scheiße. Nice, TNT. Ich bin Hadi. Hui! Scheiße! Ich bin oben. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Ja. Was ist das? Mann, ich wollte das sehen! Du Arsch! Fick dich! Weg mit dir! Nein! Fick! Ja, nice. Fick dich, Alter. Loll! Was? Fick dich? Jawohl. Nächster Block. Was ist denn das hier für eine Kacke? Nächster Block. Ernsthaft? Nächster Block. Am Arsch! Am Arsch! Nächster Block. Bleib stehen! Bleib stehen, du Arsch! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Nächster Block. Alter! Das ist ein Fehler im System! Nächster Block! Ey, das ist ein Fehler! Unfair! Ey, das ist unfair! Das ist so krass 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 unfair! Ich bin aber gleich tot! Das ist das... Ah! Scheiße! Ja! Ja genau, ey! Der kriegt natürlich gleich den geilsten Scheiß, Mann! Oh, shit! 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 Fuck, Mann! Oh! Kann ich trainen? Boah, da muss... Alter, da muss ich jetzt erstmal hinterher... Okay, nee, den töte ich einfach! Hehehe! Shit! Wieso tötest du den einfach? Der arme Lucky Villager! Boah! Weißt du, das ist auch so richtig krass Doppelmoral! Erst sagen so... Yeah! Hi! Verpiss dich! Shit! Ich sterbe gleich! Boah, das gibt's doch nicht, ey! Da killt der mich! Boah, Alter, unten anzufangen ist so übel! Das stimmt! Boah, das ist echt ein bisschen krass unfair jetzt von mir! Jetzt... Aber ich hab... No! Nice! Scheiss! Bitch, hat mich getötet! Okay! Ja, aber so kann's gehen, ne? Oh fuck, fuck, ja, das stimmt! Okay! Aber so kann's gehen! Das war Karma! Das war pures Karma jetzt! Boah, dieses Hochspringen ist ja immer so hart ugly! Oh ja! Alter! Boah, das ist ja richtig nervig! Aber richtig übel! Boah, Junge! Bin ich bo... Oh! Oh! Okay! Alles klar, du willst es wissen! Alles klar! Alles klar! Komm noch! Komm noch! Komm noch! Willst du nicht herkommen? Ja, komm! Willst du nicht herkommen? Du Fixer! Ja! Du Weser Wichser! Hoffentlich ist diese scheiß Bitches hier weg! Fuck! Boah, das ist... Fick dich! Fick dich! Weg mit dir! Oh Mann! Bis ich da oben bin, ey! Ja, das kann jetzt dauern! Vor allem bin ich bis da oben schon wieder fast verhungert! Ja! Aber ich könnte ja auch direkt... Oh! 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 Nein! Was denn? Ich bin runtergeschubst worden! Lava! Der schubst dich jetzt auch gleich runter! Wer denn? Ja, wer wo? Alter! Boah, das ist so hart! Wir können aber auch hier bei diesem Obsidian-Ding hier in der... Ähm... Ja, was? In der Mitte da so einen Checkpoint machen! Wollen wir das machen? Das habe ich mir tatsächlich auch überlegt! Ja, komm wir machen! Aber warte! Dann machst du den Checkpoint nicht eher als ich! Dann machen wir den gemeinsam! Ja, können wir machen! Okay! Ja, ich warte dann bei dem Checkpoint hier! Ich schmeiße in der Zeit Sachen runter, die ich nicht mehr brauche! Okay, da oben bist du! Hast du den anderen Block aufgemacht? Welchen? Der, der hier noch war? Äh... Ja, kann sein! Okay, warte! Was hast du denn da bekommen? Äh... Nix! Checkpoint? Ja, Checkpoint hast du? Ja, warte! Ich muss noch! Hey! Ich muss noch, du Lappen! Okay! Okay! Ich habe noch nicht... Mann! Ich bin noch nicht fertig hier! Ich muss erst mal was essen hier! So! Und dann... Spawnpoint! So, jetzt... Jetzt... Jetzt können wir weiter... Das war natürlich jetzt echt dumm! Oh, Enderperl! Das ist gut! Das ist gut! Das sind alle meine! Oh! Ich habe den Rest schon eingesammelt von den Änderern! Wieso? Wieso hast du echt dieses räudige Schwert her? Aus nem Block? Wo sonst? Ja! Ja! Oh! Nice! Oh Shit! Ich habe einfach keinen Platz im Inventar! Oh! Nice! Nein! Du kannst es komplett vergessen! Geh weg! Okay! Alles easy! Ja, ja! Come on, ey! Oh no! Nooo! Das ist... Loin! Riesenzombie! Nein! Alter Schwede! Was geht ab? Oh! Ja! Was zum Fick! Oh! Oh! Ey, wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Ey, das ist... Ich darf nicht Slashkill machen, ne? Shit! Nee! Shit! Okay! Ja! Oh! Meins! Dürfen wir Difficulty machen? Nee, eigentlich... Haben wir nicht gesagt, ne? Egal! Okay! Wir haben es nicht gesagt! Können wir machen, ja! Okay! No! No! Okay! Ich sehe wieder was! Nice! Alter! Okay! Diese Hurenviecher! Okay! Das ist echt... Alter, wie viele das waren, ey! Ja! Wie weit er jetzt einfach schon oben ist! Ich sehe deinen Namen nicht mal mehr! Keine Scheiße! Alter, das ist so hart unfair gerade von mir! Keine Scheiße! Ich fühle mich halt echt schlecht gerade, weißt du? Aber dann denke ich jetzt wieder an Zeiten zurück, wo du so richtig hinterfotzig warst und denk mir so... Pfff! Pfff! Weißt du? Dann denke ich gerade dran zurück an diese Zeiten! Alter! Hey! Wie soll ich denn daran vorbeikommen, man? Das... Fuck! Fick dich! Du mieser kleiner Lappen! Das... Du mieses Stück Scheiße! Das ist echt hart unfair gerade, ne? Das ist echt hart unfair gerade, ne? Wie er auch die dicke Rüstung hat mittlerweile da! Aber wir haben ja... Ja, ist das unfair von mir? Ich weiß es... Es ist bestimmt garantiert unfair! Jetzt mach weiter, du Rongo! Ich bin jetzt tot! Jetzt hast du eine Chance! Ja, ich muss da erstmal hochkommen, ey! Ey, warte, ich mach mal Tag! Das... Das dürfte erlaubt sein! Das ist halt echt hart nervig! Ah, Alter! Ja, die nächsten Blöcke gehören dir! Beeil dich, bevor ich komme! Ja, ich bin dabei! Das ist halt nicht so einfach, hier hochzukommen! Das stimmt! Ah, hier sind... Bunnies? Ja... Sind das böse Bunnies? Nee, ich glaub nicht! Okay... Ja, natürlich! Ey, und ich krieg direkt den bröbsten Bullshit hier, Mann! Was hast du gemacht? Oh! Hallo! No! Fick dich! Du musst weg! Nee! Scheiße! Geh weg! Ich will dich hier nicht sehen! Mann! Ah! Okay! Was sind das? Schallplatten! Nice! Okay! Psssssssss! Pfff! Pfff! Das kann nicht wahr sein! Okay! Aber jetzt... Jetzt hattest du auch deine Chance! Pff! 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 sein, aber ich glaube nicht, dass du da rankommst. Oh ja! Okay, weiter hoch kommt man noch nicht. Ne, sind die weg? Ja, ja. Ja, nice. Was sagst du? Du hast irgendwas Gutes bekommen auf jeden Fall. Ein was Gutes hast du. Das weiß ich ja. Größtenteils fast nur Bullshit. Da ging die Idee doch nicht so ganz auf. Egal, aber wir können ja gucken, was drauf es wird. Meinst du? Willst du es wirklich wagen? Ja, natürlich wage ich es jetzt. Du sagst mir jetzt, dass es eventuell noch möglich ist. Weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal. Guck mal hier, ich schenke dir mal ein bisschen Glück. Oh. Spawn Point, Game Mode 0. Was tut es da? Ja, ich helfe dir ein bisschen. Weil ich weiß, dass ich dich gleich ziemlich fisten werde. Oh, ich bin noch im Game Mode. Shit. Dass ich dich fisten kann. Meinst du? Ja. Es ist quasi, okay, gut, also dann hast du ja doch anscheinend ein paar gute Sachen bekommen. Ich dachte halt, weil ich dich die ganze Zeit runtergeboxt habe, dass du nur Chance hattest. Ja, das sehen wir jetzt. Okay, gut. Dann, ich bleib, ich bleib gespannt. Hm. Ich hab aber auch ein Glück. Ich hab hier mehr Glück als in der letzten Runde, mal ganz ehrlich. Wie geht denn das? Alter, wie der hier Diamanten über Diamanten bekommt, oder was? Hm. So sechs Blöcke habe ich noch. Weißt du was? Aus Solidarität schenke ich dir jetzt drei Blöcke. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Drei Blöcke schenkst du mir? Okay. Oh, meine bringen erstmal noch Diamanten. Ja, nice. Was kriegst du? Dafür darf ich gucken, was du kriegst. Ich hab Diamanten gekriegt. Und ein Lucky Villager. Was macht der? Ich kann den gar nicht anklicken. Hä? Wieso kann ich den nicht anklicken? Achso, weil du den gerade benutzt, oder? Ja. Was macht denn der? Was macht denn der so? Ja, der verkauft Sachen. Was macht denn der so? Was kauft denn der so? Was kauft denn der so? Zeig mir das doch mal. Nein. Geh da mal raus. Kann ich den nicht anklicken? Nein, weil ich den gerade angeklickt habe. Kaufe ich das jetzt, oder kaufe ich das jetzt? Boah, das war schon wieder der pure Fehler. Ich glaube... Du bist so ein... Fixer! Ich wusste es. Ich wusste, dass jede gute Tat für dich im Endeffekt Hinterhaltigkeit mit sich zieht. Das brenne ich mir jetzt in meinen Hirn. Jedes ungerechte Battle ist für mich ab jetzt gerecht. Das ist aber sowas von... Das meißel ich jetzt in meinen Kissen. So eine freche Hinterfassigkeit, ey. Das ist der Wahnsinn, Alter. Da bist du noch gütig. Ja, was denn? Ja, Dicke, was da los? Geil. Na dann los. Ja, ey, mach erst mal Slashkill, du kleiner Stinker. Ne, muss ich nicht. Nicht vor dem ersten Mal. War letztes Mal auch schon so. Stimmt. Immer Slashkill nach dem Einen Kampfer. Ja, ist der gut. Ja, komm. Alter, wie viel Schaden der macht. Das ist der Hammer. Ja, keine Chance, Mann. So, komm, hier wird nicht mehr verzaubert. Willst du nicht mehr? Nicht mehr? Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay. Also, was hast du da schon wieder für einen kranken Trank? Alter, ja, come on, ey. Keine Chance. Keine Chance. Wo hält der diese scheiß Tränke her, Mann? Alter. Wollen wir? Ja, und Noch einer, ja. Ach komm, ich geb mir noch einen Apfel, weil's so schön ist. Ja, gib dir einen Apfel. Ich sollte nicht zugeben, wie du sagst. Okay. Ja, ich bin fertig. Oh, du hast irgendwas genommen. Oh, du hast irgendwas genommen. Du hast irgendwas genommen? Ja, hab ich. Ja, aber keine Chance. Keine Chance. Okay. Gegen fünf Millionen Ficktränke, ey. Ficktränke? Machste halt gar nichts. Wow. Ja. Ja. Und damit verabschiede ich mich von dieser Runde. Also, Ethik und Moral, ich diskutiere nicht drüber, ja. Ich wollte irgendwo was zurückgeben. Hadi hat's dankend abgelehnt. Und wollte Krieg. Von daher, okay. Deswegen muss ich mich schämen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass beide Leute euch gefallen werden. Ja, dann macht, was ihr wollt. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.